Zwei Spiele in der Nähe, Achtung. Ja, bereit machen. 25 Sekunden. 25 Sekunden. Hitman. Ich sehe Hitman, Hitman. Und Triplex. Die war das. Alter, war das Glück. War das Glück. Die waren direkt hier. Die gehen abdrücklich auch noch. Nein. Einmal kurz ummelden. Ja, ich bin ja nicht alleine gelaufen, Psycho Queen. Ich schreibe zu den Kilometer gelaufen und trotzdem noch bekommende Maschine. Ah, die Maschine. Richtige Maschine, Junge. Rasenmäher, der hat alles rasiert. Sollen sie doch einfach kämpfen, ne? Und wenn sie verlieren, soll auch nicht immer noch einer wegrennen. Ja, die Versuchung ist auch so, Wesker. Und ich habe schon wieder eine Übertragung. Der besten finde ich dann immer noch, wenn... Helikopter ist in der Währungszone. Hast schon recht. Eigentlich. Macht auch keinen Bock hinterher zu laufen, aber... So, da ist der Helikopter. Ich glaube, das muss man so sein. Hier ein bisschen ausschalten. Das ist mein Inventar. Hier ist die Adlerträger, damit jeder sehen kann, ne? Hier ist die Adlerträger. So, jetzt müssen wir nochmal kurz alles gucken, wo Wesker steckt. Aufländer angezeigt, liebe es. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Der hat sich einfach beigetreten. Ja, so, genau so macht man das, Wesker. So, wir müssen jetzt dürfen die nächsten auch oben abdründigen. Ja, auf Ende der Dinge. So, Wesker. Ich gehe mal kurz... Ja, drehen oder übertragen, wenn wir es auch kommen. Ja, warte mal. Ich mach mal kurz Party wechseln. Einladung in die Gruppe eines anderen Agents. Wesker? Jo. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Das ist gut. So, pass auf. Wir machen das mal eben so. Ein weiterer Agent ist der... Ähm, dass du äh... äh... Austritts aus der Gruppe. Also bei Mifel. Ich trete aus. Gehe abdründig. Du schießt mich ab. Schießt mich ab und steckst du das in die Tasche. Okay. Also wir gehen vor die Tür, ne? Jo. Ja, Tor. Haben so einige Deltas zur Zeit Tor. Also ich gehe vor die Tür, verlasse die Gruppe, geh abdründig, du tötest mich. Nimmst das Ding und gehst wieder rein. Dann gruppieren wir uns wieder. Okay. Wir gruppieren uns wieder und dann sind wir dann zu viert und dann machen wir das zu viert. Okay. Gut. Ja, da würde ich dann bei der Extraction mit der Heilung unterstützen. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? So warte mal. Wir haben Brockländer, das der Spiel auch. Äh... Auch Heiler. Eigentlich. Dreh dich mal bei. Ja, du bist ja schon. Ja, du bist ja schon. Ja. Du hast mir gerade... Ja, der hat mehr Party. Na, Hanne war das auch. Okay, alles klar. Bis gleich. So. Einmal kurz den Wesker kurz bisschen leiser stellen. Macht nichts. Das spricht dafür, dass ein gutes Headset das. Lautes Headset, gleich gutes Headset? Okay. Naja, kommt aber klare Stimme durch. Ja, so ist das komplett gut verstehen. Also, dass man... Es ist nicht kein Dumpfes oder was auch immer. So, auf jeden Fall. Auf der anderen anderen Abholung ist einer. Das ist... Hanne draußen, okay. Euer... Wesker hast du streamen? Ja, ja, genau. Kannst du bitte den leiser komplett ausmachen? Ja, okay. Das ist mit dem Controller. Ich habe jedes Mal, wenn ich gerade die Game anmache und dann zocken will. Ja, Kontrolle. Du darfst erstmal Kabel dranhängen. So. Wesker, komm mal her zu mir. Dichter zu mir. Wesker nicht zu Hanne, zu Nerd. Alles gut. Jetzt habe ich diesen Soundbuck. Boah. So. Ja, ja. Wesker, komm hier rüber jetzt. So. Schieß. Los, los, raus. Schießen. Ja, danke. Danke. So, jetzt nimm. Nimm das Ding. Gehst du bitte rein? Gehst du wieder rein? Ich muss beitreten bei euch wieder. Also. Lass uns wieder gruppieren. Vernünftig. Ich wechsle wieder. Ich wechsle wieder den Char, damit ich meine... Mach gleich Toxtick extra die Konsole an. Ja, ja, ja. Holt ihr Adler Träger zu nehmen. So. Ich melde mich kurz ab. Und dann melde ich mich wieder neu mit dem anderen Char an. Mach keine schnelle Reise bitte jetzt. Nicht von einem Checkpoint zum anderen. Nein. Ja, ja. Aber ich... 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 So, dann muss ich da mal bei euch beitreten, wenn's natürlich geht... macht er erst nur richtig regen ja dann mach mal in den besten rüstung generation set was du an hast genau und dann gehen wir los ja gut aber rüstung situation sprich schon dann wenn du dann was als wir doch liegen sollten dann können wir dann dementsprechend ja ja das vorteil browser 9 richtig 0,6 da ist in der nähe ist keiner in der nähe ist keiner jetzt auf einmal ich wollte sagen warum kann ich nicht warum kann ich nicht rufen das wird spannend wo sind die denn aber wir haben bei uns direkt einer beim safehaus einer ist beim safehaus gespawnt und bei uns ist direkt im fahrungsbereich bei uns ist direkt in ein fahrungsbereich der eine ist ganz unten ja bei der napoleon ja genau sind zwar einer war abgelehnt ja ja wohl da war wahrscheinlich eine herausgekommen der wurde genommen mitgenommen ja eigentlich nicht so gut das kann sein dass er nicht so weit weg ist aber 19 sekunden nein bis jetzt bis jetzt keiner keiner ist gut naja das hatten wir jetzt richtig schlimm geworden ja wo du auf einmal so 20 granaten auf einmal siehst ne diese explosion ja 20 30 granaten ja und dann ist der server bleibt ok ja 46 zuschauer dankeschön alle haben die daumen haben zwei spieler näher achtung ja bereit machen 25 sekunden 25 hit man ich sehe hitmen hitman 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 und triple s triplex wenn ich die stimme schon höre wird mir schlecht von wem denn von brocklanders oder was ist? snow way im jet. oh der ist schon wieder, ne? wenn die die stimme soll, oder wird mir schlecht. Deine lümmel, ey. was nochmal leidest du machen? jawaska, glückwunsch. zu der eagle bearer. könnt ihr ihm einen tipp geben, was man machen könnte, wenn ihr Darks mal mindestens sechs stück hinter eine... was? hinter eine was? oh, da sind drei, ne? hat jemand nach einem tipp gefragt, nerd? nach was? ja, wenn jemand sechs stück hinter eine... jetzt sind hier ein, zwei, drei, vier, leute. sechs stück hinter eine? passt vielleicht der text nicht ins feld, ne? z, moinsen. da stehen sie. hier kommen sie, hier kommen sie. die war doch. alter, war das glück. war das glück, die war direkt hier. die gehen auch noch, nein! feindliche Explosive Suramine entdeckt. feindliche Verteidiger drogen entdeckt. einer liegt. danke, 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 danke. ein fettes Dankeschön an Ronny auf jeden Fall, der dafür gesorgt hat, dass wir auch... die sind, die sind, die sind aber machbar gewesen. die sind, die sind machbar gewesen. die waren. josen, moinsen! grüße, grüße an dich auch. grüße an dich auch. grüße an dich auch. da liegt noch einer. ja. nicht, nicht rausgecken. ja. hello! hehehehe, das ist jetzt wieder an dir. nee, brother, nee, brother. Vielen Dank.